Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Feuerwehrmann Zerenox, Leute, und ja, mit dabei natürlich wieder Rump bei Rumpers Gate. Moin, moin. Moin, moin, sagt man hier im Norden, und ja, da wollen wir doch direkt mal eine nächste Runde starten. Natürlich gewerdetes Doppelguns, entspannt. 268 ist meine Bronze-Punktzahl, und bei dir, Bro? Oh, willst du das wirklich wissen? Ah, nur Schlampenzanken. Okay, dann starten wir jetzt ganz entspannt, und dann behalt deine Zahl doch für dich. Nö, 655. 655, schon leider nur Schlampenzanken und dann einfach mal dich runtergewerden, scheiß auf die Zahl, ist mir egal. So, läuft's. Warum bin ich blau? Das wollte ich nicht. Warum musste ich gerade jetzt in dieses Team kommen? Warum muss der jetzt gerade mein Tor schießen? Und warum habe ich ein Wasserhydrant am Arsch? Ja, weil du durch die Feuerwehr bist. Richtig, ich sprühe nämlich Wasser, liebe Leute. So muss das sein. Oder du spritzt einfach kräftig ab. Ah, ich spritze richtig ab. So, den hole ich uns jetzt. Spritze, was wolle. Oh. Oh. Mach ihn rein! Ich hab's vor. Das ist es zumindest. Aber gut, dass du ihn geholt hast. Ich warte mittig. Ich bin geil drauf. Ja, ich werd hier nur durch die Gegend geschubst. Oh, äh, den hab ich irgendwie seitlich erwischt anscheinend. Oder er ist aufgesprungen. Ich bin morgensicher. Hab ich weggehauen. Oh! Oh! Ja! Mach ihn weg, Bro! Worauf wartest du? Hättest du ein Stück Scheiße? Du kannst doch da nicht einfach rumstehen. Nee, ich wollte Fuß malen und der Fuß geht nicht rückwärts. Gott, Junge! Ich bin fast gestorben wegen dir, ey. Den hole ich mir. Den kriegt er nicht. Den kriegst du nicht! Äh! Äh! Hä? Was war das? Warum bin ich an der Wand so komisch langgefahren? Das wollte ich nicht. Und jetzt spiel ich ihn weg. Befreiungsschlag. Oh nein, unterdurch. Oh nein, unterdurch. Jetzt hab ich ihn gekeilt. Sehr schön, das Ding. Bro, lobe mich doch mal. Wunderbar, was du da verbringst. Oh, dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Schön, was du da gemacht hast. Wie nun irgendwo hingespielt hast, ohne Sinn und Verstand. Das war voll toll. Äh, ja! Schön, wie du den nicht getroffen hast. Das gefällt mir. Weiter so. Alter, ich bin gerade geflogen. Entspann dich mal. Ich mach den so. Dankeschön. Hast du schön gemacht. Der gefällt mir sehr. Ich bring ihn dir. Mit warmen Gefühlen. Ins Tor. Hm, tschuss. Sehr schön, Bro. Sehr schön. Eine Runde Ironie. Ja, ich habe die ganze Zeit, äh, die ich gerade Pause hatte, sag ich mal, die Luftsprünge gemacht, die Übung. Training. Ah, du übst also. Okay, ich mach auch ab und zu Yoga. Rocket League Yoga. Rocket League Yoga. Ja, 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 ja. Oh, das machst du aber richtig schön. Ich finde es gut, wie du fliegst. Wäre cool, wenn du das vielleicht machst, wenn du alleine bist und nicht in einem Match. Dann würde ich mich irgendwie sehr darüber freuen. Ja, gucken wir zu, wie der Rumpy durchs Tor wandert. Was machst du da? Hör jetzt auf damit. Wow, toll, wie du geflogen bist. Ja, toll, wie ich es versucht habe. Ja, ich mache einfach mal ein Tor. Genau, ich habe den anderen nämlich die ganze Zeit gerammt, hatte gar keine Zeit, zu dir zu kommen. Ich höre es. Ja, der war richtig genervt. Sehr schönes Ding. Du kannst mal den Tortücken einfach zerstören. Ich fahre, ne? Warum du auch fahre? Äh, weiß ich nicht, du hast gesagt, ich fahre und ich dachte, ich fahre. Ich dachte, ich fahre. Ja, ich fahre, habe ich doch gesagt. Ist alles gut. Ganz gespannt. Ziehen wir sie ab, die löschen. Bisschen echt hässliches Feuerwehrautowice. Ja, ein Blau. Ich muss sagen, wirklich die Fahrpalette, die man sich hier aussuchen kann, in verschiedenen Teams ist so gering. Du kannst dich für einen Aufkleber hier wirklich zig Sachen aussuchen, aber das ist schon echt verdammt schlecht. Vor allen Dingen die Farben, also die... Oh lol, nicht schlecht. Da hat man mal ein Ding gerissen jetzt, ne? Yo, der geht rein, Alter! Geiles Ding, Bro. Guck dir, das haben wir mit denen zusammen geschossen. Schönes Pressbällchen. Ich fliege. Boah, der war so gepresst, es hätte ne richtig schöne da. Das war schon. You work. Was? Ja, das war ne richtig warme Frikadelle, nachdem wir fertig waren bei dir. Hab ihn, hast du geschrien, du bist doch noch gar nicht da. Ernsthaft? Sorry. Hab ihn, sorry. Nein! Ja. Bro, Zweikampf, du schaffst das. Dann, ist doch alles super. Ja, bleib männlich, mach das, mach das. Ich hab ihn noch, ich hab doch alles. Was ist das? Keine Ahnung, aber wo hast du ihn denn? Ich hab gerade ne Glanzparade bekommen. Komm, 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 komm. Ich hab ihn, du hast ihn, oh. Du spielst aber auch wie ein scheiß Bobbycar. Was tust du denn da? Warum spielst du ihn mir dann weg? Wie, ich spiel ihn dir weg? Ich bin mit dem Ball da langgefahren und du hast ihn mir weggefahren. Ah, ja, ja, du hättest doch nur mit deiner nebengeschossen. Glanzleistung, wie du Heu verbringst. Super, Bro, ja, das war auf jeden Fall besser, dass du das gerade so gemacht hast. Danke dir. Oh, ich hasse dich. Halt deinen Mund. Wer macht was? Warum du deine ganze Zeit im Tor verbringst. Ja, was soll ich denn da machen, wenn der Ball fliegt? Ich wollte ihn wegholen. Ich kann nix dafür, wenn du den Ball so annimmst. Ja, wir streiten uns jetzt in der Grund. Ja, komm schon, komm schon, fight. Ups, war vorbeigesprungen. Ich nicht. Aber wenn ich Fehler mache, ist das okay. Ja, weil wir es gewinnen sind. Weil wir es gewinnen sind, ich selbst zu spazst. Mann, gehen wir doch mal aus dem Weg jetzt. Ja, richtig, richtig, ja. Kein Wunder, dass du so aggressiv bist, wenn du die ganze Zeit Eierquetscher trägst. Wundert mich ja nix. Bist du mit dem Lenkrad, sag mal? Ja. Deswegen bin ich auch so ein ganzes Stück besser als du und hab definitiv mehr Tore gemacht. Kriegst du den jetzt endlich rein oder stehst du ihn wieder dumm rum? Ja, ich wundere, wenn du ihn wieder übers Tor spielst. Ja, das ist gut, du hast ihn gar nicht berührt. Ja, natürlich, der ist ja auch voll drüber gegangen. Ja, ja, voll drüber gegangen. Oh, wow. Oh, wow. So, los, 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 bin hinter dir. Fannte ich aber nicht. Okay, das stimmt. Sehr gut gemacht bei uns, sehr gut. Boah, eine, eine, eine Runde, äh, äh, Dizzing. Lucky Cunts. Sack, ey. Gut, gut, dass wir es beide wiederholt haben. So unnötig. Ja, aber magisch immer, dass ich, äh, Danish, oh. Oh, sorry, we are not from Danmark. Nein! Oh, Breit, ich liebe dich dafür. Ich bin jetzt wieder da. Ich bin natürlich da. Den Paladin-Blitz freigeschaltet. Sehr schönes Ding. Ja, ich hätte mir gerne noch angeguckt, die Wertung hier. Nur so nebenbei. Eine Wertung hier, kannst du doch machen. Oh, eine Runde Diss-Folge hier. Sehr schönes Ding. Und leider muss ich jetzt gehen. Tatsächlich wird das mal eine sehr, sehr kurze Folge. Aber wir sind gleich wieder da mit der nächsten Folge. Nicht verpassen, Leute. Direkt wieder einschalten. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren. Ich brauche genau deine Stimme da vorne. Ja, jetzt grinst du so fein, das weiß ich. Einfach mal auf den Abonnier-Knopf drücken und sich mal direkt vielleicht das Spiel holen. Einsteigen, mit uns zusammenspielen. Was haltet ihr davon? Schreibt mal in die Kommentare. Ganz simpel kannst du mit uns eine Runde hier daddeln. Und ja, haut rein, sag ich nur. Ciao. Bro, sagst du Tschüss? Haddell. Haddell, sagt man hier im Norden.